Zu eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute zeigen wir euch die Geschichte von Obi-Wan Kenobi und den Clone Troopern, die auf dem Planeten Utapau dem bösen General Grievous gegenübertreten. Mal sehen, was passiert. Hey Leute, ich bin Obi-Wan Kenobi, aber ich glaube, die meisten kennen mich. Wir sind auf dem Planeten Utapau. Ja, wieso auch immer. Ich sehe ja gar nichts. Wieso habt ihr Clone-Truppen eigentlich immer was zu meckern? Wir sind doch nicht aus Spaß hier. Wieso muss ich eigentlich immer auf der Flügelseite sitzen? Ich kriege die ganze Zugluft ab. Wo jetzt? Beim heiligen Jedi. Wir landen dort vorne. Captain, leite Landesequenz ein. Verstanden, Sir. Unsere Informanten sagen, dass sich General Grievous auf diesem Planeten befindet. Wir werden ihn ausfindig machen und zur Strecke bringen. Wenn wir ihn denn finden. Er hat irgendwie ein Talent dafür, sich zu verstecken. Mal ein bisschen Optimismus hier, Männer. Kann auch nicht wahr sein. Bist du denn sicher, dass wir ihn überhaupt besiegen können? Wenn die Macht mit uns ist, dann ja. Los jetzt, Truppler. Folgt mir. Das ist doch kein Kindergarten hier. Mann, 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 Mann. Na, Chef ist hier heute wieder richtig gut drauf. Los, wir beeilen uns lieber, sonst wird er noch richtig sauer. Hey, wartet auf mich, wartet. Wo seid ihr denn? Beim heiligen Jedi dieser Planet ist aber groß. Wir kommen, Chef, wir kommen. Huh. Hä? Wo seid ihr denn? Ach, da. Wieso müsst ihr immer so schnell rennen? Keine Spur von den Droiden oder Grievous. Das können wir wohl abhaken. Nicht so schnell. Wir haben noch nicht auf der anderen Seite des Hügels nachgesehen. Auf geht's. Na los, folgt mir, Truppler. Wir gehen da hoch. Oh, immer dieses verdammte Rumgerenne hier. Ja, wir kommen schon. Wir kommen. Lasst uns da hochklettern, um uns einen Überblick zu verschaffen. Oh, Mist. Ich glaube, das ist zu steil. Wir müssen einen anderen Weg benutzen. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als außenrum zu gehen. Gut erkannt. Auf geht's. Heilung, Männer. Grievous wartet nicht auf uns. Falls ihr überhaupt hier ist. Na. Für dieses ständige Rumgelaufe habe ich nicht unterschrieben. Wo seid ihr denn schon wieder? Ah, 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 ah. Hä? Hier oben ist aber voll viel Nebel. Ich sehe gar nichts. Hä? Hä? Warte. Ich benutze die Macht, um den Nebel aufzulösen. Geh mal beiseite. Sir, ich glaube, ich sehe General Grievous da unten in der Ebene. In der Tat, ich sehe ihn auch. Macht euch bereit, Männer. Wir greifen an. Das war der erste Teil unserer Geschichte über Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Vorschläge für neue Geschichten habt, dann kommentiert einfach das Video. Wir antworten euch dann so schnell wie möglich. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und gebt uns einen Daumen hoch. Die Geschichten mit den meisten Likes werden weitergeführt. Bis bald, euer Pandido Kanal.